GGO ist ein VRMMO, in dem Spieler um Beute konkurrieren, indem sie Gegner jagen und Schätze auf weiten Feldern und in komplexen Dungeons suchen. Wenn du bei deinen Mitspielern bekannter wirst, geben sich neue Gelegenheiten und du kannst mehr im Spiel tun. Falls du den Startpunkt die SBC Glocken verlässt, erwartet dich eine Welt voller Abenteuer mit Feinden an jeder Ecke und jeder Menge seltener Waffen und Gegenstände. Großes Update Goldrausch. Das neueste und bisher umfassendste Update für GGO ist ein Patch namens Goldrausch. Es enthält neue Orte zum Erkunden, ein neues Rangsystem für Beute und vieles mehr, mit dem GGO zu einem noch vielseitigerigen VRMMO wird. Außerdem ist ein geheimnisvolles Raumschiff im Spiel entschieden, das alle Spieler jetzt versuchen als erste zu betreten und abzuschließen. Dazu werden allerdings die ARFA-SYS Einheiten nötig sein. Neue unterstützende KIs, die mit dem Schiff zusammenhängen. ARFA-SYS ist eine Abkürzung für einen Begriff, der ungefähr künstliches Finanz-Pirater-System bedeutet. Du bist? Dementsprechend sind sie primär darauf ausgelegt Spielern beim Verwalten ihrer Finanzen und Gegenstände zu helfen. Die kompetenten ARFA-SYS können alles, Investitionen tätigen oder den Einkauf, sogar kämpfen, um ihren Meister zu unterstützen. Du besitzt ein äußerst seltenes ARFA-SYS vom Typ X. Doch viele andere Spieler nutzen Typ A, der in GGO gemietet werden kann. Über dem privaten Terminal in deinem Zuhause in Glocken kannst du das Aussehen deines Avatars sowie deines ARFA-SYS anpassen. Wie zum Beispiel Körperform, Frisur, Gesicht, Farben und mehr. Das Geschlechtsein des Charakters in ARFA-SYS kann allerdings nicht mehr geendet werden. Okay, wir hätten hier gar nicht so lange brauchen müssen. Naja gut. Ich muss noch nicht wissen, dass wir noch nicht wissen müssen. Wenn wir nachher kommen, können wir die Bereitungen sicherlich machen. Ach, in der Stadt ist es sicherlich. Wenn man andere Menschen zu schützen kann, ist es nur für den Bild- oder für den Verwaltungsplatz. Um, wenn man andere Menschen zu synergenden, können wir uns auch einfach haben. Also, wenn man andere Menschen zu Hause kommen, kann man auch an sichern. Die Leute werden sichern, abkülla, die sichern. Abkülla, abkülla, abkülla und abkülla, abkülla und abkülla. Und jetzt sollte man die Konsumgebildum. Und dann noch einmal die Kasparungen zu ändern. Säcelle sind nur An sichern und mein Zettung. Ich habe mich über die Statsache gesehen. Das ist so... Warum ist das so dumm? Das ist das Problem? Das ist ein Programm Error? Ich kann mich nicht selbst entscheiden. Ich kann mich direkt an. Ich kann mich direkt an. Das ist ein Problem. Es gibt keine Skills. Ich kann mich nicht mehr auswählen. Ich kann mich nicht mehr auswählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann sehen wir den vier remarkable extent Elise. Du und dein Africa Assist können Waffen, Outfits und Zubehör anlegen. Waffen und Zubehör sind besonders, da sie dir bestimmt Effekte gewähren können. Wenn du solche findest, sollst du sie also nutzen. Du kannst aber keine Ausrüstung wechseln, wenn du gerade eine Waffe hältst. Du musst diese erst wegstecken, dann kannst du Änderungen vornehmen. Man verdient Erfahrungspunkte durch den Sieg über Gegner. Wenn du genug davon gesammelt hast und zu SPC-Glocken zurückkehrst, kannst du dein Level erhöhen. Dies erhöht deine LP und gewährt dir Anpassungspunkte, die zur Erhöhung eines der 6 Werte Stärke, Vitalität, Intelligenz, Bewegung, Geschick und Glück genutzt werden können. Wenn du im Level aufsteigst, erhältst du Anpassungspunkte. Mit diesen kannst du 6 Werte im Statusmenü erhöhen. So und zu öffnen. Stärke, Vitalität, Intelligenz, Bewegung, Geschwindigkeit und Glück. Die Anpassungspunkte verbessert nicht nur deine Grundwerte, sondern erfüllst auch die Anforderungen zum Erlernen diverser Skills. Dein Arthesis verdient sich ebenfalls APP und kann auf ähnliche Weise gestärkt werden. Skills sind besondere Fähigkeiten, die du und dein Arthesis für verschiedene Waffenarten lernen könnt. Können eure Werte stärken, die das Gegner schwächen oder die besonderen Eigenschaften der Waffe hervorheben. Du kannst eine große Vielfalt erlernen und meistern. Im Kampf kannst du mit Steuerkreuz nach unten zwischen deinen Gadgets und Skills wechseln. Du kannst Skills mit R1 plus X, R1 Kreis, R1 plus Viereck und R1 plus Dreieck benutzen. Du erlernst Skills, indem du ihre Anforderungen erfüllst und dann Skillpunkte dafür ausgibst. Du erhältst Skillpunkte zum Beispiel, indem du Medaillen eintauschst oder eine bestimmte Menge an Beute verdienst. Freigeschaltete Skills werden erst wirksam, wenn sie im Skillset der jeweiligen Waffenart ausgerüstet sind. Es können bis zu 4 Skills pro Waffentyp ausgerüstet werden. Du kannst Skills an den Terminals in der Lobby oder zu Hause bearbeiten. In der Box kannst du Gegenstände sicher aufbewahren. Du findest sie bei dir zu Hause. Sie ist praktisch für Dinge, die du nicht oft benutzt oder für die du anderweitig keinen Platz hast. Du kannst Gegenstände auch direkt im Boxmenü gegen Credits verkaufen. Du kannst eine Gruppe bilden, indem du deine Freundesliste im Hauptmenü öffnest. Deine Gruppe hat maximal 4 Mitglieder. Drücke R2, um Freunde einzuladen oder aus der Gruppe auszuschließen. Du kannst deine Gruppe nur in SPC-Glocken ändern. Du kannst das Menü mit Options öffnen und dann unter System und Datenbank mit Hilfe einsehen. Im Hilfe-Menü kannst du alle bisher gesehenen Tutorials und Tipps noch einmal ansehen. Schau hier nach, wenn du deine Gedächtnisstütze dazu brauchst, wie etwas funktioniert. Best abgeschlossen. A4-Süßlektionen. Mane, 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 Mane. Boah, ich kann endlich mal selbst wieder was machen. Gucken wir uns mal erstmal hier. Der Line-Menü. Galerie. Achso. F***, kann ich... F***, kann ich... Äh. Egal. Hallo? Ach das sind nur die ganze Zwischensequenzen, die ich mir nochmal angucken kann oder das? Boah, die Ladezeiten sind aber echt nervig, man. Ja, super und jetzt starten, ach Gott, ich weiß nicht ob ich mit der Weiteregalerie wirklich hier angucken soll, naja, egal, nix und jetzt wieder Ladezeit der Hölle und dann stehe ich wieder, ok, daran müssen sie echt arbeiten, das sind im Spielen Jahr 2018 Ladezeiten aus der Hölle, schwierig, heute einmal komplett aus dem Spiel wieder raus, naja gut. Au. Ach, ah ja, was gibt's denn da noch so? Halt, ach man. Ups. Master, die E-Mail ist gekommen. Die Menü öffnen und wählen die E-Mail. Von Korea, Titel Wir sehen uns. Tolle Leistung im Turnier. Zum Dank, dass du mich begleitet hast, würde ich dich gerne auf der SBC Glocken herumführen. Nach dem letzten Update gibt es so einige Stellen, die ich mir gerne anschauen würde. Bring euch ruhig deinen Arfa Süß mit, auf dem Weg finden wir vielleicht eine Nebenquest. Ich warte an der Zentralstraße auf dich. Diese Möpse. Egal. Nachdem du einen NPC deiner Freundesitz hinzugefügt hast, erhältst du hin und wieder Nachrichten von ihm. Vielleicht will er dich besser kennenlernen, vielleicht aber auch auf Quests oder Erkundungsreisen durch GGO mitnehmen. Auch dein Arfa Süß schreibt dir ab und zu, also schau regelmäßig in deinen Posteingang. Quests starten. Koreas Lektionen. Es. Üh. Üh Üh. Woof. Üh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, ich kann mich hier verändern. Gucken wir doch mal. Aha, aha, aha. Ich habe keine Gadgets. Ich habe auch keine Gadgets. Hm? Hm, 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 hm. Oh, ich kann mir jetzt schon was kaufen, finde ich noch besser. Anpassungsdaten ermöglichen es dir, deine derzeitige Wertverteilung für Skills, Waffen und anderes zu speichern, um schnell und einfach zwischen unterschiedlichen Spielstilen zu wechseln. Das ist zum Beispiel besonders hilfreich, wenn du eine Charakterrolle wechseln möchtest oder eine andere Anpassung für Online-Pvp-Kämpfe nutzen willst. Allerdings können die genutzten Waffen nicht verkauft, weggeworfen, verstärkt oder verwandelt werden, bevor sie aus den Daten entfernt wurden. Oh. Oh. Ich weiß gar nicht, dass es in den Spielen wirklich PvP gibt. Cool. Ich weiß gar nicht, dass es in den Spielen gibt. Ich weiß gar nicht, dass es in den Spielen gibt. Ich kann ja alles liegen hier. Ich weiß gar nicht, dass es in den Spielen gibt. Ich bin eine Sexbombe. BAM! Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, dass es in den Spielen gibt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht so spannend, aber ich muss mir das ganze mal angucken. Ähm. Ich habe schon Medaillen bekommen. Aha. Jetzt kann ich meine APP schon mal verteilen. Wenn ich jetzt das mache... Warum heißt es hier eigentlich APP und hier nur AP? Was ich so habe. Ich nehme den Spielen. Ich nehme den Spielen. Ich nehme den Spielen. Ich weiß nicht, ob ich es hier auch rauskomme. ach so die hat wahrscheinlich die alte nicht das ist nicht verwenden gott gibt es viel ok dann guck mal was kann ich dann vielzeitweise deine angriffskraft eine abwehr wird ein bewegungstempo so ich brauche auch ok ein halt also erhöht zeitweise geschosskreis präsentation wenn du dein ziel leichter trist für bestimmte zeit werden gegner wahrscheinlich ja dich anvisieren für bestimmte zeit werden gegner wahrscheinlich an dich anwesigen ich bin der marsch weil du ein geschoss habt das bei einem verbindenden lp wieder herrscht ich kriege einen gegner vor dir einen kerberhieb zu je näher um zu kriegen eigentlich doch schon du machst drei hiebe in folge vor dir ich kann jetzt nur die zwei lernen drei ich bin mir jetzt nicht ich bin mir jetzt noch ein bisschen ich bin mir jetzt noch ein bisschen nehme ich doch einfach mal das hier mit so ähm kritische dropraten aufgestattet beämpflichten schaden bei kritischen treffen gegen schwachpunkte ok beämpflicht für die bewegungstemperwaffe führung abwählen naja perfekte aufladezeit von skills ok das maximale lp abwählen wir haben jetzt machen wir erst mal ein bisschen der match so und die hier machen wir ein bisschen so die haben alle einzelne ok mache ich mir nicht mehr wissen hier so hier machen wir operat ein bisschen hoch und geht ein bisschen ja so ... ... ... ... ... ... belgisches mädchen ach ja gut das war jetzt eine folge rein nur menü ich glaube beim nächsten mal mache ich das immer so dass ich immer an dieser stelle das ganze offscreen mache und dann wir uns aufs gameplay konzentrieren können aber für alle leute im stream natürlich sorry ihr müsst halt zugucken